So, willkommen zurück bei Harry Potter und der Gefangene von Pascaban. Im Moment... Willkommen zurück Hermine. Du möchtest es also noch einmal versuchen? Du benötigst alle 10 Aufgabenschilde, um in den... Ja, die haben wir ja. Es ist vielleicht eine Bildkarte. Und ich weiß auch... Ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß wo die ist. Ich weiß nur nicht, wie ich hinkomme. Das ist das Problem. Ja, ja, komm. Tempo, Tempo. So. Tududu. Tudududu. So. Nein, das waren nur die Kesselkuchen, okay. Achso, der Brunnen, ähm, ja genau. Das war hier nichts, ja? Doch, genau, das war das an meinem Brunnen auf. Na. Ja. So. Jawohl. Na, die, ja. Da war, da war ich unten. Da. Zack. Ach, Hermine. Hier war ich unten, ja. Die da unten habe ich auch. Das war die, die mir sonst immer gefehlt hat, aber die habe ich. Die da unten habe ich, jawohl. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die halt, dass die halt da unten, äh, da hinten beim letzten Abschnitt ist die B-Elite-Karte. Da muss ich nur irgendwie den Hasen kriegen und ich weiß nicht genau. Boah, war die hier? Warte mal. Nee. Ja ich häng' ich mir fest. Ja ich häng' ich mit dem... Nee. Ja, die... So, da war ich auch. So, da war ich. So, da war ich. Woop. Sonst ist hier auch nichts. Nein. Sonst ist hier nichts. Da unten war ich. Damit die Truhe offen ist. Ne? Ja, klar. Das war das, wo ich mit dem Drachen durch bin. Jawohl. Hier habe ich auch alles. Ja, hier hatte ich die. Zack. Okay. Brauche ich hier alles nicht? Oder einfach durch? Da oben war ich auch. Ja, das hatte ich. Ja, hatte ich. Das hatte ich. Die ist hier. Die letzte Bildkarte, die ist hier. Wie kam ich an diesen Ha... Ah, Mann. Ich glaube, da muss ich irgendwas mit dem Drachen machen, aber ich weiß nicht mehr was. Irgendwann muss ich mit dem Drachen machen, dass ich eine Hasenstatue bekomme. Warte mal, ich kann doch hier gar nichts. Das hier kann ich anzünden. Hier. Da, wo der Kessel liegt, wäre das? Okay. Da, wo der Kessel liegt. Komm ich da hin? wo der Kessel liegt? Warte mal, aber dann kann man es nicht einsammeln. Da ist Hermine. Warte. Da, wo der Kessel liegt. Oh, so. Nee. Das gibt es noch nicht. Ne. dahin wo der kessel liegt der kessel liegt hier das gibt es doch nicht wie war das denn verdammt normal hier muss mal gucken wo ich mit dem hasen überhaupt über hier käme ich mit daher dann wäre ich auch gut das heißt ja da war also nicht verstehen da ist die letzte jawohl wusste ich doch dass sie hier war ok der weg gute leistung hermene du hast die aufgabe gelöst und jetzt müssen wir noch momentan ich dieses letzte schild bereits den bohnen bonusraum für diese aufgabe hinter dich gebracht du kannst die aufgabe aber so oft du möchtest wieder um sicher zu gehen dass du alle sammelkarten und geheimnisse gefunden hast wunderbar haben wir ja jetzt also hier ist sie wohin jetzt deine entscheidung hermene was meinst du noch einmal die sitz ja das geht ja zum glück schnell wenn man hier auf die jagen achten muss Was ist mit rein? Cool. Einmal kurz bremsen und fliegen wir raus. Mit Vollspeed hier durch. So lange wie es geht. So. Vorsichtig. Jawoll. Jawoll. Noch drei Kesselkuf. Ne, Kürbispasteten. Auch nicht schlecht. Boink. Hallo. So. So. Ich bin gerade genau in ihn reingesprungen. Jawoll. Im Sprung das Buch erwischt auch nicht schlecht. So. Und da wären wir schon im zweiten Abschnitt. Sehr schön. Ich weiß nicht. Ich fliege immer knapp an. Ach ja. So. Und. So. 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 Na ja. Findet man gut. Da ist man da. Ist. Na ja. wir uns doch selbst damit getroffen haben so also das Na bitte! Endlich haben wir es. Wir haben es geschafft. Endlich. Wow, das hier ist der Bohnen-Bonus-Raum? Ganz genau, Harry. Sammle so viele Bohnen wie du kannst, bevor die Zeit abläuft. Endlich. 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 Nein! Was will ich schon? Gut. 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 Viel lang. Schnell hier alles mitnehmen. Jawoll. So. Oh. Hoppala. Oh. 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 Sehr schön. Wohin jetzt Harry? Du gehst voran. Das hätten wir schon mal sehr, sehr gut. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Trotz des gefährlichen Besuchers in Hogwarts wollte Harry unbedingt Hagrid besuchen. Er wollte hören, wie Seidenschnabels Verfahren gelaufen war. War das? War das? Ich glaube ja. Armer Seidenschnabel. Armer Hagrid. Sie haben ihn hingerichtet. Hey, da ist ja Kritze. Siehst du, Ron? Kumbine war unschuldig. Oh. Ah. Oh. 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 Harry, pass auf! Die peitschende Weide! Wenn der Hund da reinkommt, dann schaffen wir das auch. Eieieiei. Wohin führt dieser Tunnel bloß? Ich weiß nicht, aber wir müssen Ron helfen. Oh Mann. Kannst du was hören? Oh nein! Ein verzaubertes Skelett! Am besten zaubern wir beide gleichzeitig. So. Okay. Alter! Alter! die freunde aber ich würde mal sagen das soll es für heute gewesen sein auch das buch wie schön wir werden beim nächsten mal diesen tunnel hier erforschen und ich sage erstmal bis dann und tschau